Sieh dir doch dein Gesicht an. Aus dir hätte eine tolle Nonne werden können, aber das ist dir ja lieber. Lass das! Ich hätte nicht heiraten müssen für so einen miesen Sex. Nein, aber ich. Wack es nicht mehr weg, Verlauf! Lebe ich noch? Nein, du bist tot, wir sind im Himmel und ich bin die Jungfrau Maria. Sag, dass du mich liebst. Was ist mit deinen Augen? Dein Mann hatte mal wieder schlechte Laune. Es ist Unrecht, dass die Frau und die Geliebte ein und dasselbe Mannes miteinander befreundet sind. Menschen, von denen man so behandelt wird, liebt man nicht. Wo hast du das denn her? Aus einer Talkshow? Wir sind erst dann frei, wenn er tot ist. Ihn umzubringen ist eine gute Sache. Als würde man einen Baum pflanzen. Ein ordentlicher Drink dürfte reichen. Cheers. Cheers. Na ja. Einmal Nonne, immer Nonne. Weiter geht's mit unserem Abend. Er wird uns nie wieder wehtun. Wieso bist du denn so nervös?